Dass der Prozess der Aufklärung, der ja begonnen hat, auch schon am Mittwoch mit einer Reise einer Delegation von Spitzenbeamten hier nach Washington auch politisch begleitet wird. Das will ich tun. Das werde ich heute auch mit Eric Holder vereinbaren. Und wir werden sehen, wie wir dann in den nächsten Wochen in den einzelnen Punkten, die zu klären sind, weiterkommen. Herr Minister, erwarten Sie nur eine Erklärung oder auch eine Entschuldigung von den amerikanischen Partnern? Das hängt immer davon ab, was sich herausstellt. Ich habe in Deutschland gesagt, wenn die Berichte stimmen sollten, dass also Minister, die Bundeskanzlerin, Botschaften verwandt werden, dann geht es nicht. Dann ist es auch ein Eingriff in unsere Souveränität. Dann muss eine Entschuldigung her. Aber dafür gibt es bisher keinerlei Anhaltspunkte. Sie haben von Sentibilität gesprochen, die die Amerikaner akzeptiert müssen. Könnten Sie sagen, was Sie genau damit gemeint haben? Also ich glaube, dass die allgemeine Stimmung hier und auch die veröffentlichte Meinung nicht nachvollziehen kann, in welchem Umfang man in Deutschland diese Frage, Arbeitergeheimdienste, Überprüfung von Verbindungsdaten, vielleicht auch Inhalten von Kommunikation, in welcher Art und Weise man in Deutschland damit umgeht. In den USA steckt, glaube ich, noch vielen 9-11 im Knochenmark. Und deswegen ist man viel mehr bereit zu sagen, ja, der Antiterrorkampf führt auch dazu, dass man bestimmte Sicherheitsvorkehrungen akzeptieren muss. Für uns ist wichtig, einfach zu sagen, wir wollen die Balance. Die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, die für uns gegeben ist, dann, wenn die Maßnahmen verhältnismäßig sind. Und genau um diese Verhältnismäßigkeit geht es. Wir wissen, dass es nicht ohne Überwachung geht, überhaupt keine Frage. Der Kampf gegen den Terrorismus, der Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungsmitteln, der Kampf gegen die internationale organisierte Kriminalität muss auch mit Nachrichtendiensten und mit allen Sicherheitsbehörden gemeinschaftlich international geführt werden. Aber die Balance, die Grenze hin, dass Freiheit von Bürgern beeinträchtigt wird, die darf nicht überschritten werden. Die Balance darf nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Und darüber muss man reden. Und dafür muss man auch eine gewisse Sensibilisierung in den USA erreichen. Wobei hier, glaube ich, inzwischen eine andere Diskussion breiteren Raum einnimmt, nämlich die Frage, ob durch die Unterlagen und die Informationen, die Snowden mitgenommen hat, möglicherweise, wenn sie in die Hände von organisierter Kriminalität und Terroristen geraten, die Sicherheit der USA und möglicherweise auch der Partner in Europa gefährdet ist. Ich denke, auch diese Diskussion muss man ernst nehmen und vielleicht sollte man dafür im Umkehrschluss auch in Europa etwas mehr sensibilisieren. Es geht im Grunde nicht um Quantität, sondern um die Frage, was wird da genau gemacht. Es geht um die Frage, wo werden diese Daten erhoben. Wenn sie, wenn Telekommunikation auf deutschem Boden erfasst wird, dann gelten deutsche Gesetze. Das muss auch ganz klar sein und das muss auch gegenüber den amerikanischen Partnern deutlich gemacht werden. Dass es breite Datenströme in die USA gibt, das hängt auch mit technischen Fragen zusammen. Und dass die USA sowohl Verbindungsdaten, also die Briefumschläge, Absender, Adressat, aber keine Inhalte erfassen, das ist das eine. Was nicht geht, wo die Balance nicht mehr eingehalten ist, wo die Verhältnismäßigkeit nicht mehr stimmt, ist dann, wenn flächendeckend Inhalte gespeichert werden. Und darum geht es, das herauszufinden und da auch zu sagen, da ist für uns die Grenze über. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020